Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you showed me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Coca-Cola? Coca-Cola? Hunter? Sprite? Wir sind in Lidl. Keiner hat dir es zu sagen. Nein, niemand ist morgens. Meine ich doch. Nein. Kommt ihr alle her? Du k- Hahaha. 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 Manchmal, wenn ich das so ansehe, denke ich drüber nach wie das wohl wäre, wenn du mir die Mütze vorm Kopf reißt und mir ein Glas Milch über den Kopf kippst. Hahaha. Hahaha. Sagst du, du würdest ihm langsam... Umzieh ne ich der Back Bay. Ach, komm Hartz und fick dich. Nein. Hahaha. Hahaha. Was ist das? Hallo, who am I got? Oh my god. Hahaha. 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 Geil, Junge. Hahaha. Hahaha. Direkter Buben-Dame auf dem Lack. Der bleibt den Scheißhund. Hahaha. 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 Weißt du, den könnten wir jetzt erschießen, zum Beispiel. Aha. Mal warum machen das nicht? Halte ich nicht auf. Das ist ziemlich asozial. Hahaha. 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 Hallo, Ozzelt. Ich bin unbewaffnet. Hahaha. 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 Ah ja. Ja. Nein, schieß, 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 schieß auf ihn. Nicht auf mich, auf ihn. Ich sehe nicht. Hahaha. Hahaha. Junge, jetzt mal die Rechte weg von den Eiern. Sag mal, was ist denn hier die Hand an der Kerze? Was soll das denn? Glaub ich gar nicht. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Kann ich mit Ihnen ein kurzes Interview führen? Podcast-mäßig. Haha. Ja, genau. Schönen guten Tag, das ist ein Podcast. Hallo, einmal der Podcast, bitte. Hallo. Einmal der Podcast. Ich finde... So. Ich hab... Egal. Ja, okay. Hahaha. Ey, aua. Hahaha. Stopp. 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 Teile, ich... Hey... Keine hat sie bekommen, ne? Der wird definitiv nicht recht um die Ecke sitzen, ne? Wie ich geh vorher? Warum musst du ... Haha. Stopp. Ah, ah, ah! No, 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 no. No, 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 no. Ach, ich bin tot! Ich bin tot. Ich wurde wieder ausgegrenzt, na klar. Schade. Immer bin ich der Außenseiter, wa? Ey, aber sie ist positiv. Du wirst sie ja eingesperrt. Nein, also sie ist einfach nur positiv. Du bist halt ein Loser, aber sie ist positiv. Sag mal, Happy. Sollen wir den Incident nochmal wiederholen? Moment. Das sind nicht meine Füße. Cast! Wir sind so tot. Hallo. 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 Das war's für heute. Nur wir zwei beide. Du sagst es. Egal, dass jeder Doktor ist, ne? Was? Lalalalalala. 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 Ich weiß aber auch. Und zweit noch von uns. Lalalalalalalala. Nein! 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 Lalalalalalalala. Die Minute! Die Minute! Hier geht's! Untertitelung des ZDF, 2020